Das ist eine bestimmte rote Kaffeekanne oder irgend sowas. Also es ist was Rotes. Matthias hat ein schönes Geschenk. Freust du dich, Schaffee? Peter hat dann lieber nichts geschenkt bekommen, als wie sowas. Schönes Nikolausgeschenk, Matthias, oder? Du passt schön zu deiner roten Küche. Ich bin ganz begeistert, wirklich. Also, hier seht ihr das Elend, was ich bekommen habe. Gott sei Dank habe ich den Schnaps vorher getrunken, weil wenn ich ihn nachher getrunken hätte... Ich habe ja gesagt, 14 Teile zum Zusammenbauen. Zum Zusammenbauen. Unfassbar. Jetzt sag mal schön Dankeschön. Ja, Dankeschön.